Hallo? 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 Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe mit Dimitri Zuko gesprochen. Ja, da ist ein Telefon. Wer ist da bitte? Ja, Lise Meier, mein Name. Ja. Mit Weg von der Agentur für Unternehmensaktionen. Da. Herr Zuko, bei der Sonderverlosung, Sie haben somit zwei Preisen erzielt. Zwei Reisen in Höhe von 800 Euro. Zwei Reisen? Zwei Reisen von mindestens 500 Euro. Habe ich das gerade richtig verstanden? Zwei Reisen habe ich gewonnen? Zwei Reisen in Höhe von 800 Euro und eine Reise in Höhe von mindestens 500 Euro. Geil. Also das möchte ich Ihnen gerne zusenden. Aber das ist doch... Wohin geht denn die Reise bitte, junge Frau? Wohin wird es fahren? Ja. Also eine vier-Täger-Flugreise nach Paris und eine vier-Täger-Flugreise nach Norditalien Gardasee. Oh, wie geil. Jeweils für zwei Personen. Und ist da auch Hotel mit drinnen oder ist es nur die Flug, bitte? Nein. Also eine vier-Täger-Flugreise nach Paris und eine vier-Täger-Flugreise nach Norditalien Gardasee. Jeweils für zwei Personen. Wow. Und also mit Frühstücken und mit Übernachtungen. Ja, Herr Zuckow. Das ist ja geil. Kann ich mir Hotel selber aussuchen oder ist es schon... oder haben Sie das schon festlegt? Reserviert. Wann Sie wollen. Mit zwei Personen. Ey, das ist geil. Weißt du, ich habe ab Montag Urlaub. Kann ich da direkt fliegen? Also erstmal bekommen Sie auch die Unterlagen, die beiden Reisen. Erster Teil Ihres Gewinners, ja? Aber kann man das bei Express-Post machen? Weil ich habe nur einmal Urlaub im Jahr. Sonst kann ich das ja gar nicht machen. Willst du das ganz schnell schicken? Genau. Also, ja, dann machen wir das Express-Post. Ja, für Sie. Oder kann man das vielleicht schon mit E-Mail machen? Da kann ich das ausdrucken selber. Ist das möglich, dass wir das machen? Können Sie bei BigDickDimitri eine Gmail schicken? Genau. Also, Sie bekommen auch mit dem Unterlagen per Post zugesendet. Können Sie alles erstmal durchschließen. Ja, ja. Und wenn Sie auch eine Frage haben, sind Sie auch je Zeit erreichbar bei Fragen, ja? Ja, ist okay. Aber kann man das bei E-Mail schicken, damit es schneller geht? Können wir das machen? Ja, aber die Unterlagen personalisiert erstmal. Die Unterlagen auf Ihren Namen zusenden, ne? Gleichzeitig bei das Team. Da, da. Aber ich habe so, ich habe so, ich habe so, ich habe so registrierte D-E-Mail. Sie haben auch unbefristete Gültigkeit. Ach so. Sie haben auch unbefristete Gültigkeit. Ach so. Ja, wenn Sie wollen, können Sie die Reise eintreten. Ah, das ist ja super. Ich dachte, ich muss da beeilen. Nein, nein. Also, wann Sie wollen, wenn Sie die Reise eintreten, haben unbefristete Gültigkeit, die beiden Reisen. Wie ist das, wenn ich jetzt nach Italien, braucht man da Reisepass? Muss man das haben? Nein. Also, nur den, ja, die Reisepass können Sie mitnehmen. Da. Aber die werden Sie auch schon reserviert für diese Reise. Ja, das, okay. Also, das werde ich auf jeden Fall kriegen. Sehr gut. Und was haben Sie gesagt, habe ich noch Geld, habe ich noch gewonnen? Äh, und außer diesen beiden Reisen bekommen Sie noch Ihren zweiten Preis in Wert von mindestens 500 Euro. Sie sind auch die fünf glückliche Kandidatenzelle von mir, kommen die 500 Euro im Bar. Und ein Kandidat bekommt einen einmal scheinlösbaren Hotelcheck für unbegrenzte Kosten für Benachtungen weltweit für zwei Personen in Wert von 600 Euro. Oh, geil. Okay, also ein kurzer Datum, da bleib ich mit Ihnen geführen. Wir haben ja über 1000 Euro, was heißt die Zahl zu kommen. Ja, ja, richtig. Die beiden Reisen sind auch übertragbar. Sie können auch verschenken, verwenden, verkaufen und es sind in Überlastung. Nein, 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 das mache ich selber. Das werde ich niemandem geben. Da können die sich alle bei Arsch ficken. Das nehme ich selber, blöd. Wollen Sie es selber nehmen? Das ist meine Reise. Wo habe ich das eigentlich gewonnen? Was ist das gewesen? Ja, also das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen, ja, vor Großunternehmenszustand, bei welchem sich mal beteiligt haben in der Vergangenheit. Also wegen Bestellung bei Neckermann habe ich jetzt Reise gewonnen, oder? Haben Sie bei Neckermann oder Otto Amazon was Bestellung getätigt in der Vergangenheit? Ja, und dann kann man eine Reise bekommen? Mhm, also dann werden Sie automatisch das Recht bei der Sonneverlosung teilnehmen, ja. Das ist ja geil. Damit hat das Glück dieses Mal sie getroffen. Und also, ein kurzer Datenabweis mit Ihnen führen. Sie wohnen Heimstraße 760 und 25, 9, 97 Postalzeit von Hörnum. Ja, richtig. Das ist auf Sylt. Kennen Sie den Insel? Äh, Hörnum-Sylt, ja? Ja, ja, Hörnum auf Sylt. Warten Sie da schon mal bei der Insel, bei Geilster Land von Deutschland? Nein, ich war noch nie mal da. Oh, müssen Sie mal machen. Okay. Okay, dann habe ich hier ein notiert, ja? Haben Sie vermerkt, sehr gut. Ja, genau. Also, und Ihre Geburtsdatum sind wir gleich mit, Herr Zuko? Ja, das erste... Geburtsdatum? Ja, 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 1. April 88. 1. April, also 4. Richtig, richtig. 1, 4, 8, 8, okay? 8, 8, okay. Ja, also... Stimmt das auch? 8, 8, 8, 8, 8, ja? 8, 8, ja. Das ist richtig. Okay. Das ist so geil, der Geil. Und also, sieben, zehn Werktagen, sieben, zehn Werktagen bekommen Sie auch erst mal die Unterlagen, ja? So lange? Warum dauert das so lange? Das kann doch nicht so lange dauern. Kommt das auch aus Italien? Ja, damit auch personalisiert auf Ihren Namen zu stellen. Gleichzeitig bei der Stil wird ein bisschen dauert. Ah, ja, das habe ich auch mal gemacht. Ich wollte mal einen personalisierten Brief bei meiner Großmutter schicken und Namen schreiben und alles. Das hat auch eine Woche gedauert. Jetzt habe ich verstanden. Nein, also, wir gehen auf keinen schriftlichen Vertrag ein. Wir brauchen keinen Unterschrift von Ihnen, ja? Ich mache nur die Vorarbeit für Sie. Ja, ja, das habe ich ja verstanden. Aber ich meine, bis das alles personalisieren, das dauert ja ein bisschen Zeit. Das muss ja alles richtig sein, ne? Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Bei der Stil, bei der Stil, bei der Stil wird auch personalisiert, ne? Was wird, was wird? Ansonsten bekommst du keine Freigabe. Ah, okay. Bei der Stil, also bei hier, bei uns hier das System, wird auch alles personalisiert jetzt. Bei Computer? Also, diese können wir nicht beliebig, diese, ja genau, bei der Computer. Also, diese können wir nicht beliebig an jede Person zusenden, ne? Da müssen Sie auch personalisiert an sie rausnehmen, außer sie kein anderer Mensch bisfrauen kann und anderen auch sicher gehen müssen, dass die Gewinner an die richtige Person ausgestellt wird. Ja, ja, kommt das bei Einschreiben oder wie wird das sicher machen? Also, indem Sie unsere Kontaktdaten, unsere Hotline machen, wir sind auch hier im Verte der Reichweifragen, ja? Das ist aber, ne, ich meinte den, äh, den Reisegurt, das werden Sie ja die Reise zu mir schicken. Kommt das mit Einschreiben? Nein, Sie bekommen mit den, äh, Unterlagen ohne jegliche Verpflichtung im Vorfeld von uns zugesendet. Ja, das habe ich doch verstanden, aber werden Sie ein postalisches Einschreiben machen? Das muss ich unterschreiben, wenn das kommt, damit das nicht verloren geht. Weil das ist ja sehr wertvoll gewesen. Nein, nein, äh, wir, wir gehen auch keinen Schriftvertrag an, wir brauchen auch keine Unterschrift von Ihnen jetzt, ja? Falsch, Paul, und okay? Mhm, also Ihre Einschriften, ob das Richtigkeit hat, müssen Sie auch erstmal personalisieren, ne? Und dann bekommen Sie separat, also, und die 500 Euro bekommen Sie, die 500 Euro bekommen Sie separat ausgestellt von unserer Hauptzentrale. Und da? Und, also, die sicherste Zahlungsmethode in Bankdiesel in Deutschland, in Europa, die Banken, auf welche Bankverbindung dürfen wir dann überweisen, Herr Züko? Ja, das ist Sparkasse. Also, die behandelt Sparkasse, okay. Ja, und wie ist das mit, mit, ja, warte mal, wie, äh, wie ist das mit den Posten, mit, Sie haben doch gesagt, es dauert ein bisschen bis das personalisieren, soll ich Ihnen eine Kopie von meinem Ausweis schicken, dass Sie auch wissen, dass ich das bin? Nein, wir, 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 wir gehen auch keinen Schriftspitzkack an, wir benötigen diese Daten nur, um Ihre Personen zu identifizieren. Ja, 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 das habe ich verstanden. Also, die glücklichen Kandidaten müssen personalisieren erstmal, ja? Ja, 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 ja. Sie sind auch nicht nur die eine. Ja, ich habe das ja. Sie sind auch nicht nur eine. Ja, ich habe das ja alles verstanden, aber ich möchte ja helfen, damit es schneller geht. Müssen Sie Kopie von meinem Ausweis haben. Sie sind, also, Sie sind die fünf glückliche Kandidaten, ja? Sie sind auch die fünf glückliche Kandidaten, die davon bekommen die 500 Euro noch, ne? Oh, ja. Und Sie müssen auch personalisieren, ne, auf Ihren Namen zustellen, gleichzeitig bei dem Team. Das ist geil. Also, hier behandelt es nicht um Geheimdaten, wie bei einer Kreditkarte oder PIN-Nummer, sondern lediglich um die Daten, die öffentlich bekannt sind, wie zum Beispiel Rechnungen, Kontoauszugreifen, Spendaktionen im Fernsehen und so weiter. Das ist richtig. Auf welche Bankverbindung dürfen Sie dann überweisen? Entweder die Kontonummer oder die E-Bahnummer, ja? Ja, das ist... Anja, von Reischung. Das ist Sparkasse Nürnberg. Okay, und auf welche Kontonummer oder E-Bahnummer? Äh, was, was, was ist, was ist sicherer? Kontonummer oder E-Bahnummer? E-Bahnummer ist besser. E-Bahnummer ist besser? E-Bahnummer ist besser? Alles klar. Warte, ich muss mal kurz meine Karte gucken. Also, wir sind gerade, wir, wir sind gerade hierher gezogen und muss ich erst gucken, wo habe ich das alles hinlegen. Äh... Okay. Ja, na? Ja, das ist sehr gut. Und, äh, muss man für das, weil ich habe das mal bei Internet gelesen, muss man, äh, für das Gewinn, muss ich da jetzt Steuern bezahlen? Äh, Steuern. Steuern? Also, äh, genau. Also, Sie haben ja über 1000 Euro was verfehlt, ne? Ja, richtig. Sie haben über 1000, über 1000 Euro was verfehlt. Das muss auch finanziert werden. Ja. Ja, aus diesem Grund haben eine Werbepartner im Auftrag, welches für sie die Vermittlung sowie die Bearbeitungsgebühren übernimmt, ja? Okay. Also, wir benennen unsere Werbepartner an den Gewinnbetrag und sie verpflichten von diesem Gewinnbetrag und somit können dann die Gewinner ohne Abzüge und Zusatzkosten voller ausgestellt werden. Oh, cool. Also, ein drittes, okay, ein drittes von dem Gewinnbetrag, ein Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühren anzahlen, das macht dann um die 400 Euro, ne? Äh, 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 da, und übernimmt unsere Werbepartner dann den Gewinnbetrag, die 400 Euro, die verpflichten. Und jeder Gewinner bekommt dann von unserem Werbepartner als Prozedur für 12 Monate, wie die Gegner, kommen wir zum Niesen. Aber wir gehen auch keinen Schriftstrag ein für diese Zeitschriften. Und, äh, damit sie die Gewinnbetrag also nicht bezahlen, nur den Zeitschriften zweimal im Jahr umgezahlt. Ja. Und sie sind auch nicht wertvoll, als sie ihre, als sie es haben, eine Freise, ja? Ja, sehr gut. Und da kommen sie auch erstmal an die Unterlagen, die beiden Reisen. Ja, Dimitri findet gut. Ja. Genau. Dimitri findet sehr gut. Aber wer ist denn dieser Werbepartner? Ist das auch ein Neckermann oder Amazon? Nein, also wir haben hier einen Werbepartner beauftragt, die für sie die Vermittlung sowie die Bearbeitungsgebühren übernimmt, ja? Oh, blöd, du redest wie Roboter. Wie heißt der? Übernimmt unsere Werbepartner. Suka, wie heißt der Werbepartner? Jede Gewinner bekommt dann von unserem Werbepartner als Prozedur eine Zeitschriften, ja? Und wie heißt der Werbepartner, bitte? Wie heißt der? Wie heißt die Firma von denen? Also, sie bekommen auch alles persönlich zugesendet. Wenn ich hier alles jetzt erkläre, dann dauert es noch länger, noch länger. Ist das Vodafone, ist das Neckermann, ist das McDonalds, ist das Bundeswehr, oh my God. Hallo? Also, eines davon, ne? Bekommen sie ja schon. Ja, aber wie heißt der Sponsor? Die haben eine Preise. Die beiden Reisen bekommen sie ohne jegliche Verpflichtung. Ey. Im Vorfeld von uns gesendet. Wir können mal zu. Ja, stimmt. Als sie die Unterlagen erhalten, drei, vier Wochen später erhalten sie auch diese Zeitschriften. Blöd. Im Automotorsport. So, verstehst du überhaupt, was ich sage? Bist du bei Schule gewesen, früher mal? Oder bist du immer schon so dumm gewesen? Oder hast du dir das erarbeiten müssen? Also, Hatsuko. Hatsuko, hallo. Hallo. Kannst du mal aufhören, wie Roboter zu reden? Sie bekommen einen Automotorsport von unserem Werbepartner, ja? Super. Wenn du den Gewinnbetrag nicht bezahlen, nur den Zeitschriften zweimal ausgezahlt hast. Da. Somit können dann die Gewinner ohne Abzüge und Zusatzkosten nicht voller ausgestellt werden. Jetzt hast du schon... Ansonsten bekomme ich keine Freigabe. Ja, du hast auch keine Freigabe bei deinem Kopf. Du hast jetzt schon fünfmal genau den gleichen Satz vorgelesen. Bist du blöd bei Gehirn oder was ist dein Problem? Bist du nicht bei Schule gewesen? Sie lassen mich nicht zu anreden, ja? Damit auch ja alles Bescheid wird. Ah, okay. Und was sie bekommen. Ja, ich weiß, was ich bekomme. Und also, sie bekommen auch noch eine Zeitschrift von unserem Werbepartner. Noch eine Zeitschrift? Nein, sie bekommen eine Zeitschrift für zwölf Monate von unserem Werbepartner. Ja, das haben sie jetzt schon fünfmal gesagt. Automotorsport bekommen sie. Und das wird nur zweimal im Jahr ausgezahlt. Ja. Für diese Zeitschrift zweimal im Jahr, halbes Jahr. Wettrageswirt 55,25 Euro. Und sie bekommen auch erstmal die Unterlagen. Die beiden Reisen können sie alles erstmal durchschließen. Danach, drei, vier Wochen später erhalten sie auch diese Zeitschrift. Finde ich gut. Und wenn mir das nicht gefällt, kann ich das zurückschicken? Genau. Ja. Also, vierzehn Tage muss vorbei sein. Und nach den vierzehn Tagen, ne, bekommen sie auch diese Zeitschrift. Bis dahin, wenn sie auch eine Frage haben, sind sie auch jeden Zeit erreichbar. Ja, das hast du auch schon zehnmal gesagt. Du sagst, hast du mal, wenn du mal andere Arbeit willst, dann musst du mal bei Universität fahren. Und da gehst du mal zu Doktor und sagst, ich habe kein Gehirn beim Kopf. Da können die Untersuchungen machen, wie du trotzdem schaffst zu leben. Sucker. Okay? Und wann werde ich das bekommen? Ja, aber meine Magen schmerzt nicht mehr. Was schmerzt nicht mehr? Meine Magen schmerzt nicht so. Hast du keine Brechtdurchfall mehr? Nein, ich habe keine. Nein. Ach, du hättest du gerne Brechtdurchfall? Können wir machen. Kommst du her. Nein, nein. Kann ich dir Salzsäure geben? Herr Zuko, Herr Zuko, ich mache nur mal die Vorarbeit für Sie, damit ich das mal schriftlich bekommen kann, aber wie schon erwähnt, sind schon keine Werbepapiere oder Werbeprochüren, sondern in die Sonderlagen. Von 800 Euro mit der Entzahmung die beiden Reisenden. 800 Euro? Digga, die kann man dissen wie noch, was du merkst, das nicht, Mann. Die beiden Reisenden. Also, okay. Da habe ich hier den Computer mit CVD eingetragen für Sie. Sollen wir das? Ja, den Computer mit CVD. Weißt du, es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn ich mich mit einem Hamster oder einem Meerschweinchen unterhalte. Das versteht eher, was ich sage. Was ist dein Problem? Oder bitte Wissenschaft. Bitte Wissenschaft. Ja, vielleicht solltest du das mal lesen. Vielleicht kann dir das noch helfen. Automotorsport. Welches wollen Sie von diesem? Am besten setzt du dich ins Auto und fährst ganz weit weg, Mensch. Was ist dein Problem? Hast du keinen richtigen Beruf gelernt oder was machst du? Also, Sie bekommen ja erst mal die Unterlagen, ja? Und also diese Zeit für drei, vier Wochen später. Wenn wir jetzt auch eine Frage haben, wir sind doch jeden Tag erreichbar. Okay, auf welche Telefonnummer? Sollen wir überweisen, falls du kommst? Wie ist die Telefonnummer? Wie ist die Telefonnummer, wenn ich Fragen habe? Auf welche Kontonummer soll man überweisen? Ja, die Kontonummer ist 16397 865 438 438. Da. Okay, und jetzt die Bankleitzahl, bitte, hast du Korn? Wie bitte? Damit wir auch sicher gehen. Die Bankleitzahl. Ja. Ach, stellige Bankleitzahl. Ja, das ist kein Problem. Das ist 760. 760, ja. 501. 501, ja. Und 01. 01, okay. Jetzt prüfen wir es, Ihre E-Bahn. Ja, prüfen wir mal. Prüfen wir mal. Äh, Kontonummer. Da. Es ist dürtig Sparkasse Nürnberg, Herr Zucker, Ihre Bank. Nee, das kann gar nicht sein. Nee, das ist nicht richtig. Ich habe mich versprochen. Das ist Fehler drinnen. Du musst den 0 und die 1 musst du tauschen bei Bankleitzahl. Da habe ich Verwechslung machen. Ich habe das falsch vorgelesen. Ach so, welches? 0, 1? 0 und die 1. Oder 1? 0, 1 und 1, 0. Musst du quasi einmal von hinten nach vorne musst du das durchtauschen. Genau. Okay. Nein, andere Richtung. Die andere Richtung. Also, welches? Vor und vorne? Von, von, von links. 0, 5. Aber die 0. 7, 6. Ja, die quasi, du hast ja vorne ist ja 6, 0. Und hinten ist 0, 1. Du musst die 0 von vorne musst du nach hinten nehmen. Und dann musst du die 1 mit die andere tauschen. Ach so. Also 1, 0, 1, 0. Das ist dann, ja? Okay. Sag mal, du merkst gar nichts, dass ich dich jetzt seit 20 Minuten verarsche? 1, 0, 1, 0. Moment. Scheinbar nicht. Ich glaube, ich gehe bei Zockgeschäften und unterhalte mich mit den Fischen bei Aquarium. Nein, nein. Blö, das ist Beleidigung der Menschheit. Du bist wirklich, du bist Beleidigung von Menschheit. 0, 1, 0, 1, 0, 1. So wird das. Okay. Nein, das ist falsch. Jetzt aber. Es ist gültig. Das ist gar nicht. Nein, es ist gültig. Hey, hör mir mal zu. Bakao Nürnberg. Nein. Also sind Sie jetzt ständig von diesen Kontonummern, oder? Nein, das ist nicht meine Kontonummer. Ich habe dir irgendeine Zahl gesagt und die Kontonummer war deine Telefonnummer. Hast du das gar nicht gemerkt, du blöde Zige? Bist du so dumm bei Gehirn, du merkst überhaupt nichts. Ich verarsche dich seit 20 Minuten. Ich sage dir dreimal ins Gesicht, dass ich dich verarsche. Du redest immer noch mit mir. Du wirst von mir kein Geld kriegen. Ich gebe dir auch nicht meine Kontonummer. Also so geht das nicht, ne? Natürlich geht das nicht. Sie bekommen ja erstmal die Unterlagen. Ihr habt ja auch die Zeit. Du Fleck, Edithi. Okay, dann werde ich Sie so weiterleiten, ja? Nein. Soll ich so weiterleiten? An wen denn willst du weiterleiten? Auf dem Motorsport. Nein, ich will mit dir... Ich komme drei, vier Wochen später. Ich will mit dir keinen Vertrag machen. Bist du so dumm, dass du das immer noch nicht verstanden hast? Wir gehen auch keinen Schriftvertrag an jetzt. Nein, ich will auch keine... Ich will... Aposteltelefon, Blät. Ich will auch keinen mündlichen Vertrag mit dir haben. Ich verarsche dich. Ich lüge dich an. Doch, ich lüge dich an. Merkst du nicht? Nein. Nein, Zuko. Herr Zuko. Sie bekommen ja erstmal die Unterlagen. Nein, will ich nicht. Und damit auch die Bescheid wissen. Okay, dann werde ich Sie so weiterleiten. Wohin denn? Und es wird auch komplett hier storniert. Also, wollen Sie stornieren? Nein. Ihre Erzieher haben eine Kreise. Sind Sie auch übertragbar, die beiden Reisen? In hier von 800 Euro. Ich sage jetzt... Können Sie einlösen? Seit zehn... Ich habe jetzt... Ich versuche jetzt seit zehn Minuten Ihnen zu sagen, Sie haben falsche Adresse. Möchten Sie bitte andere Adresse reinschreiben? Kann ich bitte mit... Okay. Ja, können Sie bitte andere Adresse... Was haben Sie für Adresse Heimstraße, richtig? Heimstraße 760. Ja, das ist... 25.997 Hörnum. Ja. Ja, aber nur das ist... Soll ich buchstabieren? Ja. Das ist T. Ja. R.O. Noch zweimal T. E.L. Und dann Weg. Können Sie einmal vorlesen? Wohntelweg. Ja, da wohnen Sie. Wohntelweg. Ja, da müssen Sie mal hinziehen. Und... Okay, die Nummer? Welche Nummer? Du verstehst es immer noch nicht. 42. 42? Okay. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, also... Ja, aber jetzt musst du Postleitzahlen. Postleitzahlen muss noch. Die Postleitzahl... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Also, 25.997, ja? Ja, das ist 9.0. 9.0, ja. 4.02. 4.02, okay. Ja, richtig. Aber immer noch in Hörnum. Hm, Hörnum, also. Ja. Okay. Und ich habe auch jetzt geheiratet. Ich habe auch andere Namen. Sie haben was andere. Ja, ich habe andere Nachname, weil ich habe geheiratet. Okay, das kann sein, also. Müssen Sie auch die andere Nachname noch aufschreiben? Nein, das brauchen wir nicht. Eines davon reicht schon. Ja, aber können Sie bitte noch ändern, weil der Kaiser nicht mehr Schukow. Das ist jetzt nicht mehr der richtige Name von mir. Ach so. Ja, ja. Also, ich verstehe Sie schon. Sie wollen Ihre, äh, in der Zukunft alles was verwenden, glaube ich, ja? Ja, und, äh, vielleicht sind Sie auch, äh, also, nachdem Sie die Unterlagen erhalten, sind Sie nach Norditalien, Gardasee, mit zwei Personen die Reise eintreten, ja? Das Einzige, was ich gerne eintreten würde, ist dein Gesicht, aber das darf ich ja nicht machen. Sie können auch mit Ihren Frauen machen. Nein, ich trete meine Frau nicht. Ich liebe meine Frau. Dich würde ich gerne mal treten. Vielleicht merkst du dann wieder, vielleicht funktioniert dein Kopf dann wieder. Wie heißt du nochmal? Ja, Lisa Meyer, mein Name. Ja, kannst du mir mal ganz genau zuhören? Ja? Okay, also, hör zu. Hallo, warte, 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 bevor du jetzt weitersprichst. Ah, hör mir doch einfach zu. Du sprichst Deutsch, richtig? Ja, ja. Ja, ich habe dich voll verarscht. Hast du das jetzt verstanden? Ja, ich kann sie schon verstehen, aber wie schon erwähnt, sie doch keine Werbepapiere oder Werbebroschüren. Dann bekommen sie auch einen... Scheiße, ich glaube, ich gehe mich mit Backstein in den Keller unterhalten, der ist intelligenter als du. Also, Stein in den Kopf, bekommen sie auch auf ihrem Kopf einen Stein? Ja. Ja, kannst du dann bitte herkommen? Ich warte mit Kalaschnikow. Ja, okay. Okay, also, ich bedanke mich dann auch für die... Okay, ich bedanke mich für diese goldene Aufnahme. Meine Zuhörer werden sich freuen. Möchtest du noch jemanden grüßen? Blöd! Das ist wirklich das dümmste Mensch, das habe ich je gesprochen. Zehn Minuten sage ich, ich verrasche dich, die redet immer weiter. Ich beleidige sie. Ich sage, ich rede lieber mit Hamster. Und was weiß ich nicht alles. Die redet immer weiter. Blöd! Dafür kriege ich Kommentare und Teilen. Das müsst ihr teilen, Leute. Das ist der Inbegriff von Dummheit und Abschlussgeilheit von Illegal Callcenter. Blöd!